Die fünf Schritte zu einer gelungenen Renovation mit der Walliser Kantonalbank. Zu Beginn analysieren Experten ihre Immobilie. Die WKB beteiligt sich bis zu einem Betrag von 1500 Franken an den Kosten der GEAK-Energieanalyse. Dann erstellen wir gemeinsam ihren Finanzierungsplan und finden mit den GEAK-Experten heraus, für welche Arbeiten sie Förderbeiträge beantragen können. So können Sie Ihre zukünftigen Einsparungen abschätzen, sowohl in energetischer als auch in finanzieller Hinsicht. Nun können Sie zusammen mit der WKB loslegen. Für mehr Informationen gehen Sie bitte auf wkb.ch slash Renovationskredit WKB Renovationskredit, um den Wohnkomfort Ihres Zuhauses zu verbessern.